Oh mein Gott, ich hab Spektralfall, hab ich bekommen. Oh, wo bist du? Da, so. Dich erwisch ich jetzt, pass auf. Oh mein Gott. Also das Problem ist, ich muss halt langsam auch zurückfinden, weil ich hab nichts mehr zu essen. Ja, das wäre schon ein guter Grund, um zurückzukommen. Also ich mach's so, ich baue mich jetzt erst mal ein bisschen runter. Nein! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser mit Danja. Hallo! Hallo, guten Tag. Beim letzten Mal, also ich schnapp mir jetzt erst mal das Gold, weil ich brauch ein bisschen Gold. Heute möchte ich ja, also ich glaube, Danja, du bleibst hier in der Oberwelt heute, oder? Was hast du in dieser Folge vor? Ja, ich bleib hierbleiben und ich werd mein Häuschen weiterbauen, weil Khan mich verbannt hat aus unserer Base. Das stimmt doch, das stimmt doch gar nicht. Doch, ihr könnt euch die letzte Folge dazu angucken, da hat er gesagt, dass er Privatsphäre braucht und deshalb einfach nicht mehr mit mir zusammenwohnen möchte hier in diesem Spiel. Danja, das stimmt nicht. Weil er mich einfach nicht mehr mag. Das stimmt nicht. Ähm, genau, das hat er mir letztes Mal gesagt und deshalb baue ich jetzt mein Haus. Da drüben ist übrigens Khans Haus. Danja, das stimmt nicht. Sieht aus wie ein riesengroßer Glaspalast. Das stimmt nicht, das weißt du auch. So, ich muss heute auch in die Hölle wieder, weil ihr seht es schon hier, ich brauch ein bisschen... Khan muss da einfach hin. Ich muss da hin? Ja, also mein Haus ist eigentlich fast schon, zumindest steht es fast schon. Das ist schon mal das Wichtige. Äh, ja. Dein Haus ist auch schon... Also ich finde dein Haus auch sehr, sehr schön. Ich muss natürlich auch ein bisschen was für die Landwirtschaft tun, aber das kriegen wir auch noch hin, Leute. Khan muss was für die Landwirtschaft tun. Hast du was zu essen zufällig? Äh, ja, ich habe Brote und Melonen. Brauchst du was? Ja. Du kannst auch mal übers Haus schauen, da ist ja auch wieder ein bisschen was. Reif, sag ich jetzt mal. Ja, aber ich muss ja bauen. Warte, ich bin hier doch zu deinem... Ich bin bei deinem Haus. Okay, ich komme hoch. Guck mal, ich habe mir auch eine Leiter gebaut zur Base. Mhm, mhm, mhm. So, äh... Hier. Danke, danke, danke. Und hier hast du noch ein paar Melonen. Bitteschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, dann brauche ich jetzt einmal ein bisschen Glas. Aber ich brauche auch Glas. Glas-Scheiben. So, ich brauche noch eins. Dann gehe ich mal wieder dort ein bisschen Wasser holen. Das ist so aufwendig mit dem Wasser. Ja, du hättest halt an einer Wasserstelle bauen sollen. Ja. Ich dachte irgendwie, das geht einfacher. Äh, hier ist es zumindest relativ gut. Dämliche Skelette immer. Schnapp ich mir jetzt mal einmal kurz. Also, ich möchte heute wieder in die Minecraft-Hölle und dementsprechend brauche ich... Was machst du denn jetzt bei mir zu Hause? Ja gut, dann bist du jetzt für immer hier eingeschlossen. Also, der Händler, der wohnt jetzt bei mir. So. Ähm, okay. Ich schaue mal kurz. Brauche ich noch was hier? Okay. Ich glaube, hier kann ich dann später so eine Feuerstelle noch machen. So. Also wenn ich jetzt theoretisch vier Eimer hätte, wäre das ja viel einfacher, oder? Ja, aber dann brauchst du viermal Eimer. Das ist doch Verschwendung. Ja, aber theoretisch hast du doch noch einen Eimer. Ich habe keinen Eimer. Ja, aber wir hatten doch zwei Eimer. Ich habe ja einen neu gemacht. Ja, aber ich habe keinen. Ja, aber irgendwo muss doch der andere Eimer sein. Oder hast du den auch verloren in der Hölle? Ja, ich glaube, ich habe den verloren, wo ich in die Minecraft-Hölle gegangen bin. Na super. Ich glaube schon. Wer läuft denn hier schon wieder rum? Ach, das bist du. Okay. Ich wahrscheinlich. Hast du zufällig Gold noch irgendwo? Ich habe doch einen Haufen Goldklumpen aus der Hölle mitgebracht. Was willst du denn jetzt auch mit dem Gold? Weil ich mir kurz ein bisschen Rüstung machen wollte, damit ich nicht angegriffen werde. Ich habe ganz viele Goldklumpen mitgebracht, Kahn. Nimm dir davon, was du brauchst. Das sind alle in der Base. Okay, ich habe mir jetzt ein paar Goldbarren hier gemacht. Ich denke, ein Helm sollte erstmal ausreichen. Okay. Ich habe ein bisschen was zu essen. Okay, ich habe ein bisschen was zu essen. sicher ist sicher ist doch safe auch noch irgendwo viel näher wasser in richtung dschungel ist doch safe noch irgendwo wasser weil ich will nämlich dann mit dem wasser von hier oben würde ich nämlich ganz gerne mein pool befüllen die hier ist auch irgendwo wasser in der nähe keine ahnung ich gehe jetzt erst mal haben wir eigentlich eine endlose quelle aus dem gemacht was bei uns schon ist ich glaube ja du kannst doch hier von uns was holen ist das eine endlose quelle hast du die voll gemacht eigentlich schon das hier meinst du hinterm haus ja ich glaube ich bin jetzt soweit erst mal ready und werde jetzt wieder durchgehen weil ich möchte ich konnte leider noch also ich konnte eure kommentare noch nicht lesen weil wir am vor produzieren sind aber trotzdem mal hier durchgehen und hoffen ich muss auf jeden fall in diese richtung weil da war auch der wald da waren auch die ganzen knochenblöcke die würde ich halt ganz gerne zumindest mal einsammeln um ein bisschen knochenmehl mit zu bringen nach hause das ist echt weit weg ja das grad nicht passiert leute das hat keiner gesehen hier auch kein aha ich bin so doof ich bin so doof ich muss zurück ich muss zurück ich muss zurück dass du mir das aber auch nicht sagst dass wir auf dem dach also dass wir hinterm haus eine unendliche quelle schon haben ja sorry ich habe es ein bisschen vergessen ein bisschen vergessen noch einmal kurz zurück ich habe mein schild vergessen ich würde ganz gerne ein schild mitnehmen haben wir überhaupt eisen keine ahnung du hast ja damit hast du es glaube ich komplett aufgebraucht damit du dir sachen machen kannst wir haben noch vier eisenbarren also ein schild kann ich mir noch machen den rest pack ich hier wieder ein jetzt ist mir das schon wieder passiert ich krieg die krise was hast du denn gemacht nix ich habe gar nichts gemacht gar nichts okay dann wollen wir noch mal durch ich finde das portal ist auch eine einer echt schlechten stelle warte kurz kannst du vielleicht bevor du durchgehst können wir dann noch mal kurz schlafen weil es wird jetzt gerade nacht okay ja ich komme erwarte weil ich bin jetzt gerade durchs portal wieder okay was ist jetzt hier los war das ja egal dann bleibt ich bin ich bin wieder da ich bin wieder da alles gut weil bevor ich jetzt so weit weg bin alles gut was das ist zum perfekten zeitpunkt ein magma blog ist durchgekommen ist aber nicht schlimm ist ein baby also gehen wir jetzt noch mal kurz schlafen ja ja ich bin jetzt ich bin jetzt im bett okay ich habe jetzt auch schon direkt ein bisschen blöcke hinzugefügt also du kannst natürlich auch nachdem du das haus gebaut hast ein bisschen auf der oberwelt noch mal schauen was es denn so neues gibt weil die welt ist ja jetzt schon ziemlich groß geworden dann ja das stimmt wohl zu sehen dass ich irgendwie wieder hier raus kommen hier war ja auch der gas glaube ich ne guck mal hier ist jetzt dieses schwein geht die greifen mich jetzt nicht an was wenn ich den gold waren dahin werfe also wenn manchmal ist es so dass die werden dann halt ja der nimmt gold an und manchmal schmeißen die auch was rüber okay ich habe jetzt einen faden bekommen okay ist jetzt nicht so super was kriege ich dafür von dir oh eisenklumpen und kohle okay das ist jetzt handelst du jetzt mit dem ja also wenn du den gold machen dahin wirfst dann werfen die ab und zu auch random was zu okay okay jetzt habe ich habe jetzt so ziegel bekommen okay ich damit schon etwas ich höre was überhaupt nicht gut ist ja aber ich habe sonst kein gold tut mir leid also ich glaube hier kann ich ein bisschen gold abbauen okay kann ich nicht da schon wieder dieser gerst heißen die ja glaube ich ich habe keine ahnung wie die heißen ich glaube ich mir ja der hatte uns da gerade angegriffen beim letzten mal okay da sind jetzt zwei ich meine ich hatte mich hier unten irgendwo hingebaut aber ja und er hat mich wieder gesehen klasse ich mache jetzt folgendes wollen jetzt mal ein bisschen hier rein so ich brauche jetzt erst mal eine elegantere lösung um hier auch auf mein dach hoch zu kommen jetzt überlege ich nur gerade wie ich das am besten anstellen auch man das war knapp das war knapp muss ich angreifen ja ich habe gold ganz gerne wieder in den wald weil da gibt es auch holz und sowas ich weiß auch nicht wo ich lang muss ich bewachen das alles hier so gut teilweise ist gar nicht wie ich hier wieder rauskommen soll auch wenn ich es dann geschafft habe eisen gibt es hier auch nicht also es scheint irgendwas zu bringen aber ich weiß nicht was es bringt das hier abzubauen was baust du denn ab dass dieser quartz okay ja den hatte ich auch schon abgebaut davon müssen wir eigentlich recht viel haben okay dann brauche ich den jetzt erst mal stimmt stimmt in der einen truhe waren ganz viele ich weiß nicht wie ich zurückfinden soll ich bin ganz ehrlich ja kann das ist die große preisfrage dann ne holz möchte ich eigentlich auch nicht verbrauchen das hier ist halt echt auch ein bisschen unbequem ich glaube hier baue ich mir eine andere form von treppe hin ich habe wieder ein paar goldbarren was gut ist weil damit kann ich vielleicht wieder handeln und da bekomme ich wieder ein bisschen was also ich habe echt viele eisenklumpen bekommen warte die könnte ich doch eigentlich doch das könnte ich doch eisenbarren machen oder nicht und dadurch könnte ich mir dann gleich wieder perfekt eine spitzhacke machen sehr gut sehr gut perfekt okay das haben wir dann schon mal möchte ich jetzt erst mal nicht weiter rein wenn ich das ja alles auch deuten könnte dann wäre ich vielleicht ein bisschen weiter aber ich kann das alles hier nicht so deuten was willst du denn deuten ja vielleicht in welche richtung man gehen muss oder so ja gut aber das weißt du halt sonst bei minecraft auch nicht ja aber du weißt schon vielleicht das wäre ganz cool gewesen wenn man vielleicht so wirst okay also hier in diese richtung ist das wonach man ausschau halten soll genau so jetzt ist hier einer den würde ich ganz gerne ganz gerne ein bisschen gold geben hier dir auch gucken ob die was zurückgeben oh mein gott ich habe spektralfall habe ich bekommen was ist das freie mich gerade auch wäre cool wenn ich wenn du das wüsstest ich kann mir einen bogen machen ja ich kann mir einen bogen machen und den habe ich jetzt auch let's go okay also ich bin jetzt ein bisschen besser gerüstet tatsächlich ich kann vielleicht auch mal okay hier und da gegen ein guest verteidigen aber ich komme nicht mehr in den wald das nervt mich jetzt schon ein bisschen aber ich glaube ich habe ich dachte erst ich habe wieder knochenblock gefunden aber das ist kein knochenblock wie bin ich denn in diesem wald gekommen man also ich bin schon gefangen hier ach da 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 ist der wald perfekt da ist der wald sehr gut da brauche ich natürlich jetzt aber auch passendes werkzeug ach miss kaputt gegangen ja dieser käse irgendwie nicht das gefühl dass ich zurückfinden werde aber machst du dir denn irgendwas bestellst du dir denn irgendwas hin da wo ich jetzt lang gelaufen bin da war halt die ganze zeit schon was wo bist du da so komm jetzt hier nicht erwische ich jetzt pass auf oh mein gott zielübungen hast du erzählt ach so ich dachte ich dachte ich ich dachte ich hätte ihn Okay, ich habe ihn nach zwei Spektralfallen. Habe ich ihn. Den Gast. Hat der jetzt was fallen lassen eigentlich? Für mich, außer Erfahrungspunkte. Okay, bisschen Schwarzpulver, glaube ich. Das war es aber dann auch. Ich glaube, das war es dann auch. Jetzt macht es schon so ein bisschen Spaß, hier unten zu sein. Jetzt, wo es funktioniert, macht es ja natürlich wieder Spaß. Das ist echt unglaublich. Ja, wo man so ein bisschen jetzt auch gerüstet ist und so. Aber das Problem, was ich viel mehr sehe, ist, ich weiß nicht, wie ich zugekommen soll. Ja, dabei kann ich dir jetzt nun auch nicht helfen. Also, wenn du das nicht vorher geregelt hast, dann ist es halt natürlich schwierig. Da kannst du halt finden, was du willst. Bringt uns dann halt nichts. Deshalb haben uns ja die Zuschauer, schlau wie sie sind, geschrieben, dass wir uns einen Weg machen sollen. Ja, du hast ja recht. Wenn nicht mal ich die recht habe, das sind ja immer die Zuschauer, die recht haben. Aua. Der Sand aufs Nischel gefallen hier. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ist hier da was? Nö. Schade. Hast du ein Bett dabei, zufällig? Äh, hier kann... Ich darf hier auch nicht schlafen, Danja. Achso, okay. Hier darf man nicht schlafen. Okay, ich habe jetzt vier Goldbarren. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen tauschen. Also, das Tauschen macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. So, äh... Jetzt finde ich natürlich diese Kreaturen nicht. Okay, was ist das hier unten? Also, Karne, ich sage dir ehrlich, ich liebe diese kleinen Katzen, aber sie rauben mir hier auch echt den letzten Nerv. Okay, wieso? Weil die die ganze Zeit am Miod sind. Das ist richtig stressig. Okay, es könnte sein... Okay, was höre ich hier schon wieder? Ich verstehe jetzt nicht, warum der jetzt angreift, aber gut. Hat der mich jetzt da gesehen? Ich bin in einem Biom, was mir sehr bekannt vorkommt, aber ich glaube nicht, dass ich beim Portal bin. Okay, das sieht schon... Das sieht schon als ziemlich wild hier aus. So, jetzt vielleicht hier einfach eine... eine Mauer hoch und dann da Leitern dran. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, hier in dieser Richtung ist gar nichts. Das ist ein richtiger Fell. Hier kommt man jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen... ...bequemer hoch. Nur überhaupt bequemer runter ist noch so eine Sache. So, hier... So, hier... Und hier dann könnte man Treppen dran stellen. Das wäre natürlich super. Oder das wäre ja perfekt. Was machst du eigentlich gerade, Kahn? Also, ich bin hier einfach ein bisschen unterwegs und schaue, dass ich... Nicht sterbe. Naja, primär das auf jeden Fall. Ist ja auch ein Ziel. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen nach oben zu bauen. Auch wenn ich einfach fast gar nichts sehe, aber... Mach das. Das Abbauen funktioniert hier ziemlich gut. Das ist zumindestens gut. Aber ich könnte natürlich auch gleich das Problem haben, dass... Direkt über mir Lava ist und dann habe ich natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Und die Wahrscheinlichkeit hier ist halt sehr, sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit hier ist halt sehr, 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 sehr. Also, wenn ich das Portal nochmal finde, das wäre halt super. Aber diesmal ist das wirklich ein Überleben hier. Ja, Leute. Also, Kahn versucht zu überleben. Ich mache es mir in der Zwischenzeit hier schick, damit es hier mal ein bisschen... Damit man ein bisschen bequemer zu meinem Haus hinkommt und nicht mal um den halben Berg drum rum tanzen muss. Und Kahn hat leider euren Survival-Tipp Nummer 1 nicht eingehalten. Und hat sich keinen Rückweg gebaut. Also, was lernen wir daraus? Dumme Idee, Kahn. Dumme Idee. Okay, sehr gut. Ich habe tatsächlich irgendwie den Wald gefunden. Frag mich nicht, wie. Aber ich habe den Wald gefunden. So, hier hast du ein bisschen Gold. Was ist das für ein Wesen da? So, das... Sehr gut. Ich habe noch ein paar Pfeile bekommen. So, ich glaube, so reicht das hier tatsächlich dann auch schon. Dann kann man hier so, dann kann man da hoch, dann da mit... Ja, das passt gut. Obsidian, sehr gut. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen zusammen. Eins ist natürlich jetzt nicht so viel. Fackeln brauche ich. Das ist ein Hebel, das ist keine Fackel. Hier ist Kohle. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, diese Pfeile, die bringen mir auf jeden Fall was. Wenn ich jetzt noch hier Knochenblöcke mitnehmen könnte, dann... Dann wäre es top, meinst du. Okay, ich habe auch eine Feuerkugel bekommen. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Gold. Hallo, ich habe noch ein bisschen Gold. Sehr gut. Könnt ihr ruhig haben. Okay. Okay, der hat sich das jetzt einfach geschnappt und ist abgehauen. Also, nicht... Okay, ich habe einen Trank bekommen. Wasserflasche wirkungslos, klasse. Tipptopp. Aber gut, hier bei Lava kann das natürlich hier und da was bringen. Ah! Oh! Nein! Da war gerade ein Creeper in meinem Pool. Und ich sage dir, das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal sagen muss. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich muss ganz dringend einen Zaun bauen, damit die mir nicht mehr auf die Nerven gehen. Weil ganz ehrlich, dieser Creeper, der hat jetzt safe meinen kompletten Pool gesprengt. Und das ganze Wasser ist rausgelaufen. Nee, doch nicht. Okay, nochmal hin. Ach, Mann. Also, keine Ahnung, wie mein Gebäude dem jetzt gerade Stand gehalten hat. Aber der Creeper hatte nicht viel Sprengkraft. Also, es ist eigentlich nichts großartig kaputt gegangen. Aber ich sehe, ich muss halt hier ganz dringend Verstärkung anbauen, dass hier keine Creeper reinkommen können. So, jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Ach, ob ich jetzt hier... Oh, 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 oh. unklug. Warum habe ich da jetzt Gold abgebaut? Ist halt leider nicht so richtig, wo der jetzt herkam. Oh, da ist der fahrende Händler wieder. Okay, so. Wo sind wir jetzt hier? Ja, keine Ahnung, ob es das hier dann bringt, aber zumindest von vorne kann jetzt hier keiner mehr hin. Ach doch, das ist eigentlich total der Witz. Du kriegst kein Gold von mir, du steckst das immer ein. Für mich hat der fahrende Händler jetzt auch nichts, was super spannend ist, leider. Ist ja nicht schlimm. Ich werde jetzt als nächstes mich hier mal um den Boden in meinem Haus kümmern. Den habe ich nämlich noch überhaupt nicht gemacht. Führt aber auch höchste Eisenbahn. Aber es muss doch dieser Wald gewesen sein, Leute. Es war doch dieser Wald, wo auch die Skelette überall waren, mit den Knochenblöcken. Kann und ich führen gerade zwei vollkommen unterschiedliche Leben. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch schön. Ich mache hier so mal wieder Hausi, Hausi, Baui, Baui. Okay, noch eine Feuerkugel, sehr gut. Es wäre natürlich gut, wenn ich ein bisschen obsidig anbekommen könnte, aber habe ich jetzt hier nicht. Aber auch gar kein Feuerzeug fällt mir auf. Obwohl, nee, eigentlich will ich ja gar keinen Steinboden, ich will Holzboden haben. Reicht mein Holz für Holzboden? Okay, weinender Obsidian habe ich bekommen. Könnte knapp werden, aber ich versuche es trotzdem mal. Okay, dann kann ich glaube ich halt so einen Seelen... Okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kriegst noch mal was. Ah, so ein Mist. Jetzt habe ich kein passendes Holz mehr. Ungünstig. Okay, ich habe noch was bekommen. Frag mich nicht. Ungünstig sehr, aber vielleicht haben wir ja noch welches in der Base, dann könnte ich mir das natürlich einfach nehmen. Okay, sehr gut. Ich habe schon viel bekommen hier, was wirklich gut ist. Ich weiß nur nicht, ob ich... Hä? Und findest du auch wieder zurück, Kahn? Das ist eine gute Frage dann, ja. Ich weiß es nicht. Ja, du, ich ohne ich. Ich weiß es ohne ich, Kahn. Äh... Ah, dieser Wald hier, ne? Welcher Wald? Wo ich hier gerade bin, der macht mich noch irre. Ja, das ist halt alles Tropenholz. Das ist halt kein Eichenholz, ne? Theoretisch brauche ich Eiche. doch das ist doch eichenholz hier sehe ich doch das müsste doch gehen ich dachte ich habe ein portal gehört perfekt das müsste doch passen eigentlich ja also das problem ist ich muss halt langsam auch zurückfinden weil ich habe nichts mehr zu essen ja das wäre schon ein guter grund um zurückzukommen also es wäre schon ganz gut wenn ich jetzt zurückkommen könnte gebe ich dir recht also ich versuche jetzt mal noch in dieser folge ich weiß nicht ob ich das noch schaffe in den fünf minuten oder so zurückzufinden ich könnte natürlich auch folgendes versuchen das mache ich vielleicht auch weil wir sind definitiv nicht an der obergrenze angekommen dass ich mich jetzt hier nach oben erstmal baue weil es war definitiv relativ weit oben das weiß ich noch bist du immer noch dort kann ja klar ach so ja ich weiß ja nicht also wenn ich hier raus wäre dann hätte ich das schon mitbekommen glaubt es mir na gut so hier ist so ein kleiner durchgang ich würde den aber glaube ich nicht aus sand bauen weil sand ist so instabil wenn ich da mal irgendwas anderes mit mache ist halt weg so ein schönes haus gebaut er ist aber noch nicht fertig mein haus nee meins meins ach deins nee denn es ist auch noch nicht fertig ich bin jetzt hier oben angekommen ist blöd also ich bin jetzt definitiv sehr weit oben aber ich hätte auch gucken sollen wo die koordinaten von das hättest du wohl machen können ja hätte ich einen screenshot machen können kannst du nicht vielleicht kannst du mir einen gefallen tun was denn kannst du bitte einmal in das portal reingehen und was machen die koordinaten angucken so drück mal kurz f3 siehst du bei dir also wird da viel angezeigt bei mir wird gar nichts angezeigt f3 wird gar nichts angezeigt wie gar nichts so weit jetzt ich muss fn f3 drücken ja sehe ich viel ja doch muss muss ich in das portal gehen dafür steht da auch xyz ja okay perfekt dann gehe einmal bitte ins portal und sagt mir reicht was bei xyz steht weil dann kann ich mir die koordinaten merken und kann vielleicht steht hier vielleicht sogar wo das portal ist aber ich glaube nicht du musst einmal in das portal rein und dann einfach nur auf f3 drücken also in der hölle dass ich dann weiß ja habe ich gemacht okay was für was für werte hast du dabei xyz ich schick's dir mal sag doch einfach man 8,709 schickt mir ein bild schickt mir ein bild ja dachte ich mir nämlich ne schickt mir ein bild ich habe es ja gesagt bevor du das falsche abliest ja ich habe es ja gesagt aber dann weiß ich zumindestens vielleicht wo ich hin muss bitteschön ich gehe wieder zurück ich muss noch häusle baue okay will ja nicht in der hölle rum schmoren 8,709 100 dann minus 10 okay jetzt muss ich kurz gucken also das ist die höhe ich bin definitiv noch ein bisschen obwohl so hoch bin ich gar nicht und dann muss ich ich muss in diese richtung wo war das bei 8 das war bei 8 und dann ich muss in diese richtung okay das kann was werden das wird jetzt dauern also vielleicht schaffe ich das in dieser folge vielleicht auch nicht ich weiß es nicht wieder zurück zu kommen ja ich habe keine ahnung ja angreifen würde ich ja wahrscheinlich keiner ne ich glaube ich habe auch nicht genügend ja aber ich kann halt irgendwo hinfallen das ist immer das problem das ist natürlich korrekt wo auch guckt zum beispiel hier jetzt fast runtergefallen aber ja das ist halt die schwierigkeit dort glaube ich es ist halt da nicht so dass du extrem mit den monstern zu tun hast sondern eher dass du halt nirgends runter klatscht ja ich müsste eigentlich wäre es klug wenn ich wieder runter gehe ja ich mache das anders ich muss eigentlich muss ich mich ein bisschen runter was machst du denn jetzt hier bist du denn hier hoch gekommen ja also ich war so ich baue mich jetzt erst mal ein bisschen runter weil das macht nein oh nein das ist nicht dein ernst du bist beim runter bauen ich verstehe es nicht warum passiert das warum bin ich immer so ehrlich ich bin so unvorsichtig und ich bin genau dort gestorben wo ja das so unvorsichtig ehrlich das ist so dumm das ist so dumm ich darf doch nicht einfach und leute das war es kommen ist okay ist in ordnung das war's ich habe es mal wieder nicht hinbekommen so ja ja ärgerlich sehr tschö 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 du bist 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 du Vielen Dank.